Der Standard-Nähfuss hat eine flache Sohle, um den Stoff ständig mit dem Transporteur in Kontakt zu halten. Er kann für viele Overlock-Sticharten verwendet werden, einschließlich Overlock, Flachnaht und Rollsaum. Die erhöhten Markierungen vorne am Nähfuss zeigen die Nadelpositionen ab der Schnittlinie an, wenn die Schnittbreite 2 mm beträgt. Der Standard-Nähfuss verfügt oben am Fuss über eine einstellbare Führung für Bänder, Gummiband und Nahtband. Einfach den Nähfuss heben, Band in die Führung, dann unter dem Nähfuss nach hinten durchziehen. Die Führung kann für Bandbreiten von 6 bis 12 mm eingestellt werden. Liegt das Band in der Führung, Nähfuss senken, einige Stiche zum Fixieren nähen und weiterfahren. Untertitelung des ZDF, 2020